Ich habe tatsächlich eine fast sechsjährige Tochter und wenn ich dir das erkläre, dann sage ich ihr das im Regelfall so. Papa arbeitet im Kindergarten für Erwachsene. Das ist fast so genau wie bei dir. Man kann mit allen möglichen Dingen den ganzen Tag rumspielen, ausprobieren, bis man was wirklich verstanden hat und dann macht man daraus was Neues. Der einzige Unterschied ist eigentlich, bei uns sind die Werkzeuge ein bisschen komplizierter und das was am Ende rauskommt, ist kein farbenfrohes Gemälde, sondern im Zweifel eine Erklärung oder ein Tipp. Aber ansonsten ist eigentlich alles vergleichbar. Ich kann sagen, dass in meinem persönlichen Fall einfach Neugier immer die treibende Kraft gewesen ist. An ein Ereignis erinnere ich mich noch vergleichsweise genau. Ich war am Ende meines Studiums der Chemie- und Rechtswissenschaften. Ich wusste, ich wollte kein Chemiker bleiben und ich wollte auch kein Jurist werden. Und dann war ich kurzfristig im Kontakt mit Unternehmensberatungen. Und was die machten, fand ich unglaublich spannend. Aber wie die es machten, war mir persönlich zu oberflächlich. Und auf der Suche danach oder nach einem Ort, wo ich das in ein bisschen mehr Tiefe wieder betreiben konnte, war ich sofort zurück an der Universität, bloß diesmal im anderen Fachbereich. Und da fühle ich mich bis heute wohl. Also wenn ich wirklich die Chance für so eine Zeitreise hätte, dann würde ich nicht einen treffen wollen, sondern derer eigentlich drei. Und zwar Schlickhahn und Neurad vom Wiener Kreis. Ich gehe jeden Morgen durch die Boltzmann-Gasse ins Büro und ich komme also immer an den originalen Hörsälen vorbei. Und mit den Leuten einfach mal gesellschaftswissenschaftliche Fragen in der Tradition von Mach und anderen zu besprechen, das fände ich schon klasse. Entlang dreier Dimensionen. Das eine, wir werden sehen, dass sich von Westen nach Osten, also von den USA über Europa nach Asien, sehr viel verschieben wird, weil in Asien sehr viele Ressourcen sind menschlich wie finanziell. Zum Zweiten die Rolle des Menschen. Stichwort künstliche Intelligenz und Maschinen. Vieles, was der Mensch gemacht hat in der Forschung in der Vergangenheit, wird in der Zukunft nicht mehr machen. Und drittens und ebenfalls im Zusammenhang mit diesem technologischen Fortschritt, glaube ich, wird es einen Paradigmenwechsel geben von Theorie zu Empirie. Empirie wird nicht mehr nur Theorie überprüfend sein, sondern selbst Prognose schaffend. Und das ist sicherlich was völlig Neues, was wir in den Sozialwissenschaften so noch nicht gesehen haben. Substantielles Wissen verliert an Bedeutung. Die Halbwertszeit sinkt jährlich. Und von daher glaube ich, dass wirklich das, was wichtig ist, dass A und O eine nachhaltige Lernfähigkeit sein wird. Und dafür ist es wichtig, dass man ein Studium wählt, was einem gesunden Grundblock an substanziellem Wissen bietet, aber gleichzeitig eben auch sehr viel Methodenkenntnis, die aller Voraussicht nach auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Stichwort Maschinensprachen und anderes. Aber die Fähigkeit, sich immer weiterzubilden, ist natürlich nur eins. Der Wille muss auch da sein und der kommt meines Erachtens nur dann zustande, wenn man wirklich Spaß hat an der Sache. Von daher ist mein Tipp an Studenten, machen Sie nichts, wofür Sie nicht wirklich brennen. Also suchen Sie sich was aus, woran Sie wirklich Lust haben, viele, viele Jahre zu arbeiten.